Sorry, ich wurde sogar gestört, also, er hat einfach nur gelabert, dass er sich sowieso nichts bieten kann, um so eine Scheiße, also, nix tolles, oh man, ein Fenster hat sich jetzt viel zu kalt, äh, ja, was machen wir jetzt, ich würde mal sagen, wir gucken ein bisschen TV, oder, ich meine, es ist so nachts, Piepshow, so, was gibt's im Fernsehen, ja, bin ich, ey, krieg ich jetzt Pluspunkte? Der Junge konnte wiedergelebt werden und wird bald wieder wohl auf sein, komm, gib mir Pluspunkte, gib mir Pluspunkte, also, selbstlose Bescheidenheit sieht man nicht alle Tage, hallo? Die Untersuchungen im Wortwald sind so gut, ja, ich glaube, ich mach den Fernseher wieder aus, obwohl, das ist gut zu wissen, aber nein, der soll nicht, der soll nicht, ähm, weiter, waschen uns auf unser Gesicht, weil wir haben gerade so schwere Dings gehabt, so, Dings halt so emotional und so, Nein, der soll nicht, ähm, sich so, äh, Sorgen machen, dass sie, oder Angst haben, oder so, Alter, ich hab immer Angst, wenn er in den Spiegel guckt, in diesem alten, ekelhaften Brillentyp, ey, so, gehen wir mal vor's, Oh, nee, vor'm Schlafen, hier kann man nicht pinkeln gehen, find ich jetzt aber, scheiße, so, gehen wir mal ins Haus rein, ins Haus rein, in unser Dings da, Also sprach Zarathustra, von Nietzsche, das kenne ich fast auswendig, so oft wie ich das gelesen habe, von Nietzsche, mach mal auf, hey, komm, ich hab ja nix getrunken, ich hab nix getrunken, wenn ich jetzt sterbe, ist das, Und damit endet meine Geschichte, ich trank Alkohol, nahe Medikamente und verlor das Bewusstsein. Das war ja noch hell, nein, ich will das wieder so machen, das war ja noch hell, wo ich schlafen gegangen bin, das sind bestimmt so drei Stunden gewesen, Das sind Alkohol schon längst abgebaut, vor allem, nach einem Schluck, ey, unlogisch, logisch, mach die Augen zu, mein Freund, du hast viel erlebt, Hä, ich bin mal in meiner Wohnung, ich hab die Tür, ich hab das zugemacht, lüge, 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 das hab ich auch zugemacht, ich hab alles zugemacht, ich geh doch niemals schlafen, wenn ich nicht, wenn ich alles offen hab, Alter, wie seh ich denn aus, oh nein, mein Flugzeug, Meine Tür ist offen, geh aus meiner Wohnung raus, genug, Spiderman, wir können zusammen die Welt beherrschen, nein, das bin ich, Spiderman, geh aus meiner Wohnung, Na, wer ist hier drin, wer will mich auf die Fresse haben, ey, warum muss meine Wohnungstür offen, Ein Rabe, hallo Rabe, hast du halt mir mein Schloss geknackt, du böser Rabe, du, wow, schon voll in die Wand gelaufen, Ihr werdet euch erst mal die ganzen Fenster zu machen, das ist erst mal, und dieses, Alter, wer macht hier meine ganzen Türen auf, Tür ist wieder zu, So, dann noch mein Fenster hier hinten, ey, war doch der Rabe so, so, hallo, ach, warum ist es hier so dunkel, Ah, mein Freund, was ist nicht leicht, ey, so, jetzt gehen wir hier raus, die Musik ist voll creepy, also, du, 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 So, dann mach mal die Tür hier zu, nicht aufmachen, toll, jetzt ist der, 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 der Dieb, oder was das heißt, Wo, so, leges kleines Mädchen nicht, hallo Mädchen, hallo Mädchen Hä, ja neben dir liegt das Mädchen bestimmt nicht Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Ach bitte nicht, Alter, du bist so voll aus Emo-Wrack, ey. Aber okay, kann man verstehen, wenn er so eine Vision ist. Äh, Sporthalle, Sporthalle, Free Tove. Nee, ich will mit Tyler in der Sporthalle spielen. Der Tag hatte eher beschissen begonnen. Ich wusste, dass Samantha ein ziemliches Tief hatte. Aber was konnte ich schon wirklich dagegen tun? Ah, Boxen? Mal wieder hier zu sein. Dieser Geruch von alter Heder und Schweiß hat ihm direkt gefehlt. Boah, ich liebe das, Alter. Ich will auch wieder trainieren. Ach, so ist Tyler viel cooler. Voll die Ironie. Boah, Tyler ist der coolste, ey. Irgendwie erinnert mich die Stimme von Carla an Scully von Actix. Komm, pumpen wir erstmal ein bisschen. Auf die Plätze, fertig, tot. Achso. Und eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Hundert. Vier. Boah, das wird immer schwerer. Fünf. Sechs. Komm, 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 mein Freund. Sechs. Acht. Ja, 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 weiter, 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 weiter. Warte, weiter, weiter, weiter. 넷, neun. Ja, weiter, weiter, weiter. Na und zehn. Komm, 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 mein Freund! Mein Freund! Geb jetzt nicht auf, du bist schwarz! Ja, also. Ja, heute bin ich im Superfall. Noch eine Übung und ich bin soweit. Oh nein, Boxsack! Boxsack! Komm, wir mal hier so hochklettern. Ach, mich. Ja, dann machen wir's für unseren Bizeps, Alter. Für unseren Brust. Hallo? Nein, du musst nichts trinken, Alter. Bist du dumm, oder was? Ja, machen wir das hier. Das andere konnte ich als nichts machen. Hab's hier selber gesehen. Oh, Liegestütze! Ach, das schaffst du doch auch, ey. Das ist doch einfach eins... Zwei... Drei... Ich schaffst du 20 mal, komm. Fünf... Ja, komm... Ja, komm... Was ist denn für eine Schwackkolle? Ich schaffst du mehr als 10, oder nicht? Nein! Hallo? Sehn! Cool. Jetzt geht's auf! Cool. Komm Carla, ich bin bereit. Du? So, bevor wir irgendwas machen oder so, süffle ich erstmal ne Runde. Nicht so viel, kleine Schlöcke. Das ist alles im Magen und wenn du dann Sport machst, musst du kotzen. Yeah, Street Tamer, Street Tamer, du hast einen Ausschnitt. Komm, wir gehen kämpfen, mein Freund. Ab in den Ring! Ich sag, wenn du fertig bist. Okay. Ich sag, wenn du fertig bist. Okay. Oh, ne Karte. Ich bin ja, ich wollte mal köpfen. Ich sag, wenn du fertig bist. Okay. Ja, ich will kämpfen. Kann man hier rausgehen? Nein. Ich will kämpfen. Bist du noch nicht ready? Ready nochmal peep? Ready, ready, ready. Was ist das denn hier? Ach so, du musst auch noch. Let's go. Ah, du machst so, so Pussy ey. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sieben. Hundert. Eine Million! Neun! Ach komm, ey. Stell dich nicht so an, ey. Eine Übung und ich bin soweit. Ja. Spiel war so ganz viel. Oh, hier. Street Tamer. Ja, du kannst das, ne? Du kannst das, ey. Du kannst das, ey. Du kannst nur so... So scheiße, ey. Komm. Komm, du kommst bis da ganz oben. Mit meiner Hilfe. Mit, mit deiner Kraft und meinem Verstand. Können wir uns bis da oben verschaffen? Oder auch nicht. Okay. Das reicht. Ab in den Box. Ja, aber bestimmt nicht als du, ey. Kau ab, ich bin Tyler. Ab in den Box. So, komm rein, ey. What the heck? Ladies and gentlemen und Carla. Bobby, das ist eher so Carla. Carlaunenbio. Das ist doch cool, Alter. So, nochmal nicht so, so hard zu Carla. Oh, oh, oh. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ah, du kannst Spagaten. Was, so soll ich, ich kann? Dropkick, ey. Komm, komm. Let's go. Cool, let the dogs out. Woof, 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 woof. Boah, du gehst ab, alter! Du hast nicht geh..., Super! Warum Super? Ich bin, ich bin Tyler und nicht Carla. Ich hab voll eine kassiert, ey, super, los, eine kassiert Wow, wow Alter, ich will Tyler und nicht, Carla Ich geh voll kassiert, also gut, super, super, super Muss das sein, Alter? Armer Tyler, geh voll eine kassiert Okay, ist doch blöd, wenn man Frauen so schlecht Ich mein, so, so voll übertrieben, so Boah, Tyler Ich will Tyler spielen Boah, Tyler hat mir jetzt nicht gefallen, ey Geht ja voller Welt Boah, Alter, der kassiert übertrieben Du bist schwarz? Du bist in ein Ghetto aufgewachsen? Junge, ich bin Kineticat, oh scheiße Ah doch, doch gut Was, ey, hä? Nix da, ey Boah Boah, jetzt kommt der Finish, Alter Pass auf, ey, Mortal Kombat Und, noch eine Runde? Ja 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 Oh, oh, fuck Oh, oh, fuck Ach man, ich will Tyler sein Komm, komm Holy That's all Ah, oh, fuck Oh, nu, fuck Ah, oh, ho eine runde Auf die Plätze! Fertig! Schenken! Oh, in den... Alter, das kannst du doch nicht machen, ey! Voll in den Sack! Haha, voll verarscht! So, ich... Nein, ich trete dich! Oh, fuck your ass, ey! Jetzt gebe ich 10-0, pass auf, ey! Fertig! Pow! Pow! Hä? Throne Power! Emanzipation! Oh! Carla Valenti! A.K.A. Carla de Rocky! Oh, bachala, bachala, bachala! Voll good kick, ey! So, jetzt kommt der Finisher! 10-0! Hell yeah! Ich bin in einem Shaoli-Klöster aufgewachsen und die Mönche haben mir ihre Kung-Fu-Tricks beigebracht! Hä? In echt? Tyler, du naives Stück Scheiße! Mensch, Tyler! Du glaubst aber auch alles! Kung-Fu ist gefakte Adidas, sag ich mal, bestimmt! Nein, du hast mich inzwischen gar nichts mehr! Noch ne Runde? Nein! Nein! Mir reicht's! Ich will dir duschen! Ich steig unter die Dusche und geh wieder an die Arbeit! Der Restaurant-Mord macht dir zu schaffen, was? Ja, irgendein Teil des Puzzles muss da fehlen! Zerbrecht dir nicht unnötig den Kopf! Der Typ ist verrückt! Er nicht! Vielleicht! Aber ich will ihn finden, bevor er nochmal zuschlägt! Keine Sorge! Ein Typ, der bei einem Mord derart viele Indizien hinterlässt, kann sich nicht ewig verstecken! Ich hoffe, du hast recht, Tyler! Oh Gott! Wenn ich nach Texas gehe, erst dann! Zehn Jahre! Ich hab Blumen! Boah, da ist eine Trompete! Boah, das war cool mit der Kamera! Guck mal, wenn ich stehen bleibe und mich drehe! Aber wie soll man so etwas auch wirklich überwinden? Ja, das stimmt aber! Angesichts all dem, was mir widerfahren war, verspür dich das Bedürfnis ein wenig an ihrem Grab hin? Schön, dass du da bist! Ja... Dieser hab mich gerade zum Grab hin, bitte! Ei... Entschuldigung... Zehn Jahre im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr zum Jahr im Jahr mal So kam der einfach nach Leere an!